hallo zusammen was geht in diesem video geht es heute darum wie schütze ich mein ebike auf dem fahrradträger unterwegs auf der autobahn zum beispiel vor spritzwasser es könnte ja wasser eintreten und den motor des eures fahrrades oder ebikes beschädigen dadurch und um das zu schützen habe ich hier diesen praktischen schutzdeckel schutzkappe den man dann einfach darauf klickt und somit sind die kontakte und der motor geschützt vor wasser eintritt so das würde mich freuen wenn ihr unseren kanal abonniert damit ihr kein video mehr von uns verpasst einfach abonnieren drücken glocke aktivieren und ihr verpasst kein video mehr das ganze ist kostenlos daumen hoch nicht vergessen und das ist jetzt eins unserer ersten videos zur reihe tipps und tricks fürs ebike also bleibt dran weitere tipps und tricks folgen also viel spaß noch beim fahren